Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crypto News und heute befassen wir uns mit den interessantesten drei Altcoin-Picks für diese Altcoin-Season. Wir befinden uns unabstreitbar aktuell in einer Altcoin-Season, wie ihr hier erkennen könnt, anhand der Marktkapitalisierung nach Dominanz. Und zwar schwindet die Bitcoin-Dominanz, das hier ist diese orangene Linie, immer weiter, während die Altcoins, aka die graue Linie und hier Ethereum auch in kürzester Zeit, die dunkelblaue Linie, immer mehr an Dominanz gewinnen. Das alles, diese Altcoin-Season, der gesamte Marktzyklus, ist ein Phänomen, was sich im Kryptomarkt schon öfter wiedergefunden hat und im Kryptomarkt speziell wird das als Crypto-Moneyflow bezeichnet. Um diesen Moneyflow in Krypto zu erklären, als allererstes geht Fiat-Geld, also Euro, US-Dollar in Bitcoin rein. Bitcoin erlebt dann Kurswachstum, unfassbares Kurswachstum, so wie wir es jetzt schon erlebt haben. Dann fließt dieses Geld von Bitcoin in Large Caps, also Altcoins mit einer hohen Marktkapitalisierung, dann in Mid-Caps mit weniger Marktkapitalisierung bis hin zu Low-Caps. Und irgendwann fließt dieses Geld von den Low-Caps dann wieder zurück in Bitcoin und von Bitcoin zurück in Fiat-Geld. Und das ist das, was wir gerade erleben. Die Bitcoin-Dominanz schwindet, die Dominanz von Ethereum steigt massiv an, aber natürlich auch von anderen Altcoins. Vorab, bevor ich jetzt anfange mit meinen drei Top-Pics. Erstmal, ganz wichtig, wie kein anderes Video auf diesem Kanal ist das hier auch keine Finanzberatung. Dieses Video dient ausschließlich zu Unterhaltungs- und Bildungszwecken. Als zweites, ganz wichtig, falls ihr jetzt vorhabt, um irgendeiner dieser Währungen zu investieren und ihr habt zum Beispiel eToro oder Trade Republic, benutzt auf gar keinen Fall so eine Plattform, um Kryptowährungen zu kaufen. Benutzt lieber Binance. Binance ist die größte Wechselbörse der Welt aktuell für Kryptowährungen. Das sehen wir hier ganz oben. Binance mit 76 Milliarden Volumen in den letzten 24 Stunden, wenn es insgesamt gerade mal 280 Milliarden Volumen gab. Was heißt gerade mal? Das ist eine Menge. Aber ich meine damit, Binance hat fast 30 Prozent des gesamten Volumens vom gesamten Kryptomarkt. Benutzt diese Top-Wechselbörse. Auch wenn ihr sowas wie Bitpanda habt, würde ich euch empfehlen zu Binance zu wechseln. Falls ihr nicht wisst, wie unten in der Beschreibung ist ein Link mit einem Videotutorial von mir, was ich dazu erstellt habe. Aber dann würde ich sagen, lasst uns anfangen mit den Top 3 Altcoins. Und das erste Altcoin, um das es hier geht, ist natürlich, wie soll es auch anders sein, Ethereum. Ich habe schon in einem vorherigen Video von mir gesagt, Ethereum kann eigentlich nicht mehr als Altcoin bezeichnet werden, aber wir machen es jetzt in diesem Video ausnahmsweise mit einer Marktkapitalisierung von 400 Milliarden. Fast halb so groß wie Bitcoin mit einer Billion aktuell. Ethereum ist der Katalysator und Gründer oder Vater von DeFi, könnte man zumindest so sagen. Und Ethereum untergeht bald massiven Veränderungen, die alles, was Ethereum angeht, deutlich verändert werden. Vor allem, ganz wichtig, Ethereum 2.0, also der Umschwung von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake, der Merch. Ich habe hier nochmal kurz was rausgesucht, falls ihr gar nichts zu Ethereum wisst, guckt euch unbedingt mein Video zu Ethereum an. Ich habe ein sehr, sehr vollumfänglich fundiert und rationalisiertes Video zu Ethereum hochgeladen, das ihr euch unbedingt angucken solltet. Ich bin der Meinung, jeder sollte Ethereum besitzen. Hier steht es auch nochmal, Ethereum will become the most powerful, most used, most credibly neutral and most energy efficient Blockchain Network in the world. Und dann wird hier so ein bisschen über die Geschichte von Ethereum von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake berichtet. Das war schon von Anfang an, seitdem es Ethereum gibt, geplant. Und Proof-of-Stake ermöglicht einfach eine deutlich bessere Energieeffizienz. Darüber hinaus wird Ethereum sehr, sehr viel gebührengünstiger und skalierbarer mit Ethereum 2.0. Dieser Part ist für uns jetzt wichtig. To fully realize the transition to Proof-of-Stake, Ethereum's history on the Proof-of-Work network will be preserved as the Proof-of-Stake consensus layer is merged in a replacement for Proof-of-Work. Das heißt, die Proof-of-Work-Chain und die Proof-of-Stake-Chain werden erstmal fortläufig nebeneinander bestehen. Dann wird es einen Merch geben. Once completed, the Proof-of-Work consensus layer in Ethereum will be removed and consensus on all future blocks on the Ethereum blockchain will be achieved by the new Proof-of-Stake consensus layer. Wie gesagt, um darüber mehr zu erfahren, was das Ganze mit Ethereum 2.0 auf sich hat, Proof-of-Stake und was sich da genau an den Gebühren verändern wird und warum Ethereum Ultrasound Money ist, solltet ihr euch mein Ethereum-Video vollumfänglich anschauen. Ethereum ist aber ein Top-Pick von den Fundamentals her. Die Frage ist jetzt nur, wie kann ich anhand dessen am besten profitieren in diesem Markt, wenn ich schon zum Beispiel Ethereum besitze oder wenn ich mich ein bisschen mehr innerhalb von Ethereum diversifizieren möchte. Und dafür ist Uniswap ein sehr, sehr interessanter Kandidat, denn Uniswap ist Accelerator der gesamten DeFi-Sphäre auf Ethereum. Uniswap aktuell bei 43 Dollar, Market Cap von 22 Milliarden. Und wenn wir uns den Uniswap-Chart angucken, geht das auch alles sehr, sehr deutlich nur in eine Richtung schon seit geraumer Zeit. Ganz wichtig bei Uniswap zu erwähnen, heute, also genau an dem Tag, wo ich dieses Video hier aufnehme, kommt Uniswap Version 3 raus. Bei Uniswap Version 3 kommen Dinge wie konzentrierte Liquidität, wo Uniswap auch Innovator ist. Also Uniswap ist Innovator hier in DeFi. Die sind die Macher. Better Oracles und neue Gebühren-Tiers. Darüber hinaus wird darüber spekuliert, ob eine Veränderung im Protokoll stattfinden wird, bei der die Uniswap-Tokenholder ein Teil der Liquiditätsprovider-Gebühren, also das, was an Gebühren vorher an die Liquiditätsprovider gehändigt wurde durch alle Pools, eventuell an die Uniswap-Tokenholder ausgezahlt werden soll in Form von Unitokens. Wenn wir uns jetzt angucken, wie viel Volumen Uniswap in den letzten 24 Stunden hatte, bei 2 Milliarden Dollar Volumen, wären das unfassbare Mengen Geld, die die Unitokenholder erhalten würden. Ansonsten berichtet Uniswap auch selber bei dieser Umstellung zu V3 von einer 4000-fachen Kapitaleffizienz im Verhältnis zu Uniswap V2. Es geht dabei hauptsächlich um die Liquiditätsprovider für Uniswap. Denn Uniswap an sich ist ja in erster Linie eine dezentrale Wechselbörse für den Handel von allen möglichen Tokens, die auf Ethereum basieren. Dafür bedarf es natürlich an Liquidität, ganz simpel gesagt. Und wenn wir uns diese Liquidität in der gesamten DeFi-Sphäre von Ethereum anschauen, auf DeFi Pools, dann sehen wir, dass aktuell 75 Milliarden Dollar in DeFi, in Ethereum gelockt sind an Value. Das ist noch unfassbar wenig im Verhältnis dazu, wie viel Potenzial noch in dieser Sphäre, in DeFi besteht und wie viel Geld da eigentlich stehen müsste, Leute. Wir werden da in 10 Jahren raufgucken und werden über solche Zahlen lachen. Ich glaube, in meinem letzten Ethereum-Video standen hier nur 64 Milliarden, ich weiß es nicht genau. Aber ihr seht schon, wie rasant das aktuell gerade wächst. Und ich bin mir sicher, behaupten zu können, dass uns ein neuer DeFi-Sommer erwarten wird. Weswegen auch alle drei Altcoins, die ich hier erwähne, DeFi-zentriert sind, Smart Contract Blockchains sind. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum nächsten Pick. Und zwar handelt es sich beim nächsten Pick um BNB und den Binance Coin. Das Wichtigste bei diesen Altcoin-Picks ist, dass die Picks über den Coin an sich hinausgehen. Denn die underlying Assets, die Assets, die auf dieser Blockchain basiert sind, sind die, die wichtig sind. Die, die vermutlich krassere Renditen erzielen werden als Ethereum oder BNB jetzt in eine Short Scale selber. Bei Ethereum war das Beispiel, was ich euch genannt habe, Uniswap. Da gibt es aber natürlich deutlich mehr Sushi-Swap. Chainlink ist auch ein großer Faktor, der da mitspielt. Aave, Maker und so weiter, Leute. Aber da müsst ihr euch selber recherchieren. Ich komme jetzt zum nächsten Coin. Wie gesagt, BNB. Und BNB ist simpel gesagt der Abklatsch von Ethereum. Die zentralisierte Kopie von Ethereum. Ich habe auch ein ausführliches Video schon darüber zu BNB veröffentlicht. Dennoch bin ich extrem bullish auf BNB. Weil BNB den Retail-Investoren, also den Kleinanlegern, ermöglicht, einen Zugriff, einen Anfangspunkt zu DeFi zu finden. Und deswegen wird BNB auch oft als Sidechain von Ethereum bezeichnet. Weil es einfach von der Struktur her genauso aufgebaut ist wie Ethereum, halt aber mit einer ganz, ganz geringen Anzahl an Validator-Notes. Das heißt, zentralisiert. Aber wenn wir uns den Kurswachstum von BNB angucken, sehen wir auch, wie dramatisch und explosiv das Ganze dieses Jahr ausgesehen hat. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass dann noch mehr passieren wird. Ein Grund dafür ist zum Beispiel, dass BNB unfassbar massiv zurzeit zumindest im Verhältnis zu Ethereum, bis Ethereum da EP1559 integriert hat, geburnt wird. Im letzten Burn hat Binance 600 Millionen Dollar Value in BNB, also eine Million BNB verbrannt. Und das von den Unternehmensgewinn von Binance. Und ich habe ja gerade schon gezeigt, Binance ist die Nummer 1 Krypto-Wechselbörse der Welt. Das heißt, Binance verdient auch ordentlich viel Geld. Und wenn das alles in ihren Token BNB fließt, ist das sehr, sehr bullish für BNB. Wie gesagt, guckt euch mein ausführliches BNB-Video unbedingt an. Und an dieser Stelle, PancakeSwap ist ja die Kopie, das Pendant zu Uniswap. Dennoch bin ich sehr, sehr bullish in Bezug auf PancakeSwap. Und PancakeSwap hat sich auch behauptet, PancakeSwap und Binance haben gezeigt, dass sie darüber hinaus etwas nur zu kopieren auch selber innovativ sein können. Es gibt hier verschiedene Dinge wie Gamification oder Gambling sogar, Lottery, die einfach neu sind in PancakeSwap. Auch an der NFT-Front ist PancakeSwap aktiv. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mir mal die Marktkapitalisierung von PancakeSwap angeguckt. Habe gesehen, okay, es sind nur 6,5 Milliarden und ich habe ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Ich dachte, es wären irgendwie 12. Ich weiß auch nicht, warum ich das so im Kopf hatte. Aber da ist auf jeden Fall auch noch sehr, sehr viel Potenzial. Vor allem, wenn man sich anguckt, wie viele Transaktionen über PancakeSwap täglich stattfinden. PancakeSwap wird halt eben von den Kleinanlegern aufgrund der geringen Gebühren genutzt. statt Uniswap und es gibt tatsächlich sogar ein paar Memes auf Twitter und TikTok und so weiter, wo dann halt Leute fragen, hä, was ist denn Uniswap? Ist das so ähnlich wie PancakeSwap? Das heißt, die haben PancakeSwap als erstes gesehen, obwohl es Uniswap viel länger gibt und Uniswap quasi das Original ist, was auch solche Bemühungen wie V3 zeigen. Nichtsdestotrotz, PancakeSwap hat seinen Stand im Markt bewiesen und wird auch noch weiter steigen. Das ist ein Projekt auf der Binance Smart Chain. Da gibt es natürlich auch wieder mehr ApeSwap, Battlepads. Guckt euch die Projekte selber an. Mir geht es jetzt um BNB an sich und da habe ich auch nochmal hier eine sehr, sehr interessante Price Prediction und zwar eine, bei der es um die 1000 Dollar beziehungsweise 800, 900 Dollar geht und ich denke, das wird auch so passieren. Und wenn wir uns jetzt zum Abschluss nochmal den Total Value Lock bei BNB oder bei der Binance Smart Chain angucken, dann sehen wir 50 Milliarden, also noch ein bisschen unter der von Ethereum, aber gar nicht so viel unter der von Ethereum. Dafür im Verhältnis zu Ethereum ist die Marktkapitalisierung aber nur weniger als ein Drittel so hoch. Das heißt, da ist auch noch Raum, würde ich sagen. Und dann kommen wir jetzt zum Top 3 Pick und zwar handelt es sich hierbei um Solana. Und ich habe schon einmal über Solana auf diesem Kanal berichtet und ich werde auch noch ein vollumfängliches Video zu Solana veröffentlichen. Ich glaube sogar morgen, also lasst auf jeden Fall ein Abo da und ein Like da, wenn ihr mehr zu Solana wissen wollt. Aber ich bin extrem bullisch auf Solana. Solana ist auch, so wie Ethereum und BNB eine Smart Contract Plattform mit dem kleinen Unterschied, dass Solana bereits im Verhältnis zu No Front an dieser Stelle, Polkadot oder Cardano, die auch unfassbar gute Projekte sind, aber halt eben noch kein vollständig funktionierendes und laufendes Ökosystem auf die Beine gestellt haben, hat Solana das gemacht. Solana hat nicht nur gesprochen, Solana hat umgesetzt. Und Solana hat ein Krypto-Ökosystem umgesetzt, das unfassbar gut funktioniert, unfassbar geringe Transaktionszeiten hat. Wir sehen hier, wie viele Transaktionen insgesamt bestehen. Wir sehen die Transaktionen reinrattern und wir sehen die Gebühren pro Transaktion. Und die sind unfassbar gering. Und gleichzeitig ist Solana dezentralisiert mit über 800 globalen Validatoren. Solana selber hat gerade eine Marktkapitalisierung von 12 Milliarden und ist immer weiter am Steigen. Und wenn wir uns da den Kurs angucken, auch massiv explosiv. Und was da auch ein großer Einfluss ist, ist vor allem FTX und Sam Bankman-Fright. Aber wie gesagt, dazu noch mehr in meinem ausführlichen Solana-Video. Solana, auf jeden Fall sehr, sehr interessante Kryptowährung. Aktuell, glaube ich, macht Solana sogar, wenn wir meinen Explorer gehen, um die 1000 Transaktionen pro Sekunde. Und das live mit DeFi-Applikationen, die auch jetzt schon auf Solana bestehen. Natürlich ist das Solana-Ökosystem noch deutlich kleiner als BNB oder Ethereum. Vor allem liegt das auch dem Fakt zugrunde, dass Solana nicht auf Solidity basiert ist, so wie Ethereum und BNB. BNB hat sie einfach kopiert. Deswegen war es da relativ easy, eine Transition von den De-Apps von Ethereum auf BNB zu finden. Solana hat ihre eigene Programmiersprache, beziehungsweise sie verwenden Rust. Deswegen dauert es ein bisschen länger. Oh, wir sind jetzt hier gerade auch schon 1600 Transaktionen pro Sekunde. Das steigt also stetig. Und funktioniert vor allem dennoch reibungslos. Es ist wirklich unfassbar, was sie da auf die Beine gestellt haben. Und was auch extrem bullish jetzt gerade für Solana ist, ist die Solana Season. Denn Solana hat einen ganz, ganz unfassbar großen Hackathon. Gestartet mit bis zu einem Million Dollar in Preises für Entwicklung von Apps auf Solana. Und ich denke, das wird Solana auf jeden Fall dazu verhelfen, das Ökosystem noch viel weiter auszubauen, noch mehr Marketing zu machen, noch mehr Leute reinzuholen. Dieser Sommer ist auf jeden Fall der Solana-Sommer. Interessante Projekte auf Solana sind vor allem Serum, auch von SPF gegründet. Ganz, ganz wichtig. Serum gerade mal Kapitalisierung von 500 Millionen nur. Und gerade bei 11 Dollar. Gerade alles so ein bisschen im Dip, deswegen ein sehr, sehr guter Kaufzeitpunkt, muss ich an dieser Stelle so sagen. Was haben wir noch? Cope bin ich auch großer Fan von. 5 Dollar, 67, guter Kaufzeitpunkt. Ich kann es nur wieder erwähnen. Und ansonsten, Mango Markets ist eins dieser Projekte auf Solana. Solana, da sind halt sehr, sehr viele Projekte, die gerade erst im Aufbau sind und gerade erst im Kommen sind, die noch gar keinen richtigen Token haben. Das heißt, das, was uns bei Solana jetzt erwarten wird, das kommt jetzt erst alles noch. Und das wird uns auch klar, wenn wir uns angucken, wie viel Total Value Lock Solana nur hat. Und zwar sind wir hier gerade mal bei einer knappen und schmalen 1 Milliarde Dollar. Also da ist auf jeden Fall noch so viel Raum nach oben, weil eben Solana so ein gut funktionierendes Ökosystem hat, dass hier auf jeden Fall eine Explosion stattfinden wird. Im Zehnfachen, im Zwanzigfachen, allen voran natürlich der Solana-Token an sich, der Solana-Coin, aber auch vor allem auf die Projekte, die auf Solana gebaut sind. Und Solana könnt ihr am besten über FTX kaufen. Alles, was mit Solana zu tun hat, würde ich auch über FTX kaufen, nicht über Binance. Bei Binance ist halt direkter Konkurrenz. Ist klar, dass sie da nicht jedes Solana-Projekt direkt listen werden. Denn FTX hingegen supportet Solana vollständig und listet deswegen auch alle Projekte. Falls ihr euch bei FTX anmelden wollt, ist unten auch ein Link. Damit spart ihr auch für immer 5% der Gebühren. Also solltet ihr es auf jeden Fall machen, falls ihr vorhabt in Solana oder Solana-basierte Projekte wie Serum oder zum Beispiel Coop zu investieren. Den gibt es auch nur auf Solana. Wenn wir uns das hier in Markets angucken, wie ihr sehen könnt, nur auf FTX. Habe ich gerade Solana gesagt? Ich meine FTX. Was auch ein Zeichen dafür ist, Leute, sobald dieser Token an mehr als nur FTX gelistet ist, wird der natürlich in eine Richtung gehen mit dem Preis. Aber das zu meinen Top 3 Altcoin-Picks. Recherchiert gründlich, bevor ihr in eins dieser Projekte investiert. Guckt euch gerne meine anderen Videos an. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg und viel Glück beim Investieren. Das war es vom Video. Lasst ein Like, Daumen, ein Abo, damit ihr kein Video mehr von diesem Kanal verpasst. Ich lade hier Daily hoch. Und das war es. Peace! Peace!